Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Hot Online Form. So, fangen wir schnell zu Wurf schnipsen und einen Anhänger holen. Und dann sehen wir weiter. So, Dilly. Schauen wir mal jetzt den Stuhl. Da haben wir ihn doch. So, Dilly. Da sind 4.000 Liter drin. So. So, mit Schwung. So, wir sind nicht eingestellt. Rundball ins Dreißigum. Passt. Ok. Ich hänge gerade. Ich wollte gerade mal umstellen. So, jetzt kann man ausmachen. Oh, das war das Gewicht gesenkter Trollow. Mach das Gewicht hoch. Ist das jetzt noch oben oder so unten? Macht mich alle. So, haben wir. Jetzt gehen wir jetzt auf den Anhänger wechseln. Gehen wir schon mal auf U. Auf Autoload. Und jetzt gehen wir mal den Spaß hier. Vom Feld sammeln. So. Ein Ruckler wieder mal. Oh ja. So. Jetzt gehen wir schon mal hier den Rand freiräumen. Oh. 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 Et non, non, c'est mon foule, let's go. So, mit voller Schnurre, wenn man ein bisschen langsamer wird, fallen wir hier gegen 12 Tor. Und dafür ist das Tor einfach zu Schale. Auf der Seite klingt gut, bestimmt, ich brauche auf welcher Seite, ich glaube, ich habe schon die richtige Seite gewählt. Ah, hier sind wir doch schön, das passt doch, so, Flieger schützen, Flieger schützen. Flieger schützen, noch ein Stück rein, so, und zack, wird das Ding schon mal gut gefüllt. So, wieder raus, ja, und den nächsten Schwung holen. Wollen wir mal, schmeißen das Feld auf. Ah. So. Aktiviert ist schon wieder. Dann können wir noch die nächsten beiden Sammelspring zwei Ausreißer hier. So, jetzt fahren wir hier so. Egal, schluss. So, wir Muyene. Und jetzt haben wir schon wieder full. Es geht ja vertifatio hier. Okay. Und ein wenig noch Auffall. Aber erstmal räumt das Feld leer. So viel Zeit muss ich in Last muss sein. So. So. Machen wir mal hier so hin. Set. Und du. Das sind noch ein paar Ballen drin, die da an die Söhne gehören. Ich hänge irgendwie. So. Das müssten wir alle haben. Dann flackert da auch nichts mehr. Und. Set. Schauen wir mal die nächste hin gelegt. So. 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 Stein wie gesehen. Aber hängt haben wir jetzt auf Stein wie gesehen. So Jetzt räumen wir auch schon mal das Feld dran zu leeren Es gibt Rüst Einballen So 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 Jetzt müssen wir erstmal hier So. So wird auch schon wieder so weit, so gut. Kategorie. Ich will die halbe Folge nur an die Ballen sagen, ja hier ist ein Stein, uah, und so wird die Wand. Will ich zum Ende ausweichen, denke ich gegen das nächste. Ob man nur noch die Kette denkt, dann kommt der Bohm weg. Irgendwann. So, Delay, vielleicht geht es los. Gucken, ob das die letzte Runde war, oder ob wir noch eine fahren müssen dann. Gleich ist es immer schlauer. Aber gut gepresst von dem Feld. So, ich muss ein bisschen einschalten, sonst klappt das nicht. Sieht gut aus. Haben wir alles drauf. So, wir haben alles weg. So, Schwung und rum. Nachdem sie zu Hause haben. Das ist- Hallo! Alles sich oder was? Bäh! Ich hab gerade nicht durch. Ich hab gerade nicht gesagt, ich habe jetzt schon wieder links. gefahren. Nini, hier machst du was mit. Wasst auf keine Kuhhaut. Ich wünsche das nicht soweit alles hat, muss ich mit dem Maize kommen, wie das alles anliegt. Er bleibt übrig. Was ist denn das für eine Scheiße? Ein Ball bleibt übrig. Plampsiavoni. Mal gucken, wo wir den durchbauen. Ich muss hier mal hier so versuchen, im Kuhstall. Was lagert hier die Strohbladet? Ich sehe grad nix. Nimmt er, nimmt er, nee. Jetzt haben wir gelungen. So. Jetzt gehen wir mal zum Waschen. So, jetzt muss ich mal aussteigen und zack. Hier auch alles, was ich hier tun. So. 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 So, jetzt ist das Wasser. Nichts lang. Weil es viel Tee wahrscheinlich ist, der nie auf der Merk vorbei ist. So. 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 Jetzt gehen wir erst mal hier. Ja. Das Wasser sauber machen den Stuhl. Oder hinten kommt es mistisch. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. So, der war ja noch mit tanken und trans. So weil ich weiß. Ohja. Oh nur 12 Filter. Aber da sind wir tanken. So. Volle Schnurrchen. Ich sehe überhaupt meine Felder aus. Das sind alle noch green. Sind alle noch green. Brauchen wir noch nicht umsatteln hier. Oh die Sämaschinen. So ihr habt einen. Ich schnapp muss schon mal. So. So. Dich wollen wir nicht. Dich wollen wir nicht. Dich wollen wir nicht. Dich wollen wir nicht. Dich wollen wir auch nicht. Dich auch nicht. Dich wollen wir. So, jetzt machen wir die Anhänger noch sauber. Das sieht ja auch ein bisschen schmuddig aus, schmuddlig wie Sau. So, die kann man so lassen. So, dann gehen sie nochmal hoch zum Mischfahrer. Das ist aber pro Mischfahrer, kann man damit wie die Kühe aussieht. Wo haben wir sie denn die Kühe? Wo haben wir sie denn hier? Schmuddlig. Schafe sieht gut aus. Aktivität, Sauberkeit 82, aber bei 75% geht er auch los. Kraftfahrer braucht er dringend. Ich muss bis erst mal hier umstülpen. Oh, nur Moment. So, jetzt steil. Oh, krass. So. Noch ist ja genug drin von allem. So, kippen wir schnell noch ab. So, Ballenlager sind jetzt gut gefüllt. So. 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 Aufsitzen sind erstmal gut gefüllt. Bei Gelegenheit müssen wir dort mal hier die Verteidigung. Hier ist der Special Zipper. Jetzt kommen wir zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Dönst da. Wenn es euch gefallen hat, Wir liefen raus, tschau tschau, sagt euer Jaso.